Alien begutachtet sein Raumschiff. Mit was für Augen? Der... Das Raum... Das steht da noch... Boah! Boah! Ach, guck mal. Ob der kitzelig ist? Oh, scheiße. Ich dachte, ich stehe so weit weg, dass ich ihn nicht treffe. Können wir das alle unter uns behalten? Und da ist wieder Yamapattachi. Wird er noch? Nein, Yamapattachi ist jetzt raus. Ist aus dem Tritt gebracht. Mittlerweile einer der letzten. Hinter ihm nur noch ein unbekannter Ara und ein paar andere. Und er bekommt auch nicht mehr seinen Yamapattachi-Sprung hin. Oh, seine Schwester und seine Mutter sind jetzt auch dabei. Sie versuchen es als Trio. Sollte das klappen. Yamapattachi ist auf der Plattform. Und er versucht nochmal seinen berühmten Sitzsprung. Aber da vorne läuft der Ara in Ziel. Time to give me, äh, 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 how do you say? Air hour? Air lesson? Air lesson? Fly lesson? Fly lesson? No air hour. Fly lesson. I never said that. Never. Gold. Gold. Ist das Gold schon mal? Gold? Ein Stern. Einfach ein Stern drin. Random. Nein! Was ist das? Wie geil ist das denn? Das gibt's nicht. Gegambelt! Da sind zwei Sterne drin. Gegambelt und geschnämbelt. Wir haben die geholt. Fritz Cola mit Orange Mischmasch. Fritz Limo Orange. Fritz Limo Zitrone. Fritz Spritz. Entschuldigung. Wie alt sind wir denn? Ich habe mich sogar schuld. Pardon. Ich bitte um meine, äh, durchsache. Die Monsieur von der Auto mit dem Kennzeichen 555 Nase. Bitte zur Information kommen. Scheiße, das ist mein Auto. Komm schon einfach morgen. Aber morgen geh weg da. Hui. Zero Facts were given. Bei Arthur Morgan. Er hat seinen Höfstfell. Mhm. Ja, läuft doch eigentlich ganz rot hier im Straßennetz. Ja. Ganz Garzelle, Huhn, Kasua, Muffalo, Pferd, Rentier, Rind. Rotwild, Schaf und Schwein, Steinbock, Strauß und Truthahn. Sehr stent. A tower in New Rust Island. New Rust Island. I'm sitting here on the boring tower. Looking for someone to shoot. Lad nach. Lad nach. Nun lad die Waffe nach. Noch ein Schuss und wir werden sie alle töten. Wo seid ihr nur hin? Und Expressen mit mir ist am Start. Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Midnight Lady kürzt hier ab. Midnight Lady reitet keinen Trap. Midnight Lady nur im Galopp. Midnight Lady macht nach der Brücke. Hopp. So. She's crazy like a fool. Bronze? Silver? Cool. Daddy. Daddy cool. Bis 16.30 Uhr. Oh, das ist ja jingling. Gold. 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 Und jetzt alle. Gold. Und ich hab den Desktop-Sound ausgemacht. Alter ist das peinlich. Oh, 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 oh. Alle wieder wach. Ja, genau richtig rausgesprungen. Und Expressen mit Milch. Mit Mulch. Oh Gott, es wird spät. Expressen mit Mulch. Ich hab schon gesehen, da kommt gleich ein ganz hübscher Jogge. Möhre ran. Möhre? Möhre? Man weiß ja, auch Jesus hat er zur Geburt Möhre geschenkt bekommen. Weihrauchgold und ne Möhre. Man weiß ja, Babys knabbern da gerne drauf. Ich hab schon mal aufgehoben. What the fuck, wo bin ich hier? Ich würde sagen... Wir befragen Oma. Sie hat gerade angefangen zu lachen. Wen befragen wir? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Moment, Oma, das ist meine Oma. Ach, deine Oma, okay, was hat die mit der Sache zu tun? Die hat uns hier zugebaut, die hat uns hier zugebaut, das ist eine Falle. Expressu, das kannst du doch nicht machen mit mir, aber dann lauf ich halt mit deinen Leuten ums Haus, das ist auch kein Problem, so mein Schwer ist tot, alles gut. Ich bin das Geschenk von das Gaming-Sofa am Tag, Acht des Adventskalenders, dann lieber so. Du weißt bereits, wie man rennt, aber jetzt musst du sprinten, sprinte zu der markierten Stelle vor dem Klohäuschen jetzt. Achso, oh, sorry, wir gehen nochmal zurück, ich habe da gerade das Tutorial vorher nicht gelesen, ich muss sprinten und schaffen wir es nicht rechtzeitig. Genau der richtige Stream für dich. Ich hasse es. So ein Trick. Oh, scheiße. Mann, das gäbe es doch nicht. Ich kann dagegen auch nichts machen. Was glaubst du? Oh, du fuck, ich hasse sowas. Alter, ich... Fick dich, Mike. Dich opfern wir sofort. Oh nein, ich dachte, ich erschrecke mich den ganzen Stream über nicht. in der Welt angucken, die anders sind. Wir ziehen nämlich jetzt auch gerade eine riesen Spur hinter... Oh Gott, hab ich mich... Alter. Wie bescheuert kann man sein? Wie bescheuert? Ich habe mich gerade wirklich erschrocken, weil ich nicht wusste, dass er die ganze Zeit hinter uns ist. Ich habe mich gerade richtig heftig erschrocken. Ne, mit dem Soundgott habe ich mir selber ins Knie geschossen. Wortwörtlich. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich wollte gerade gucken und ich bin so richtig neues Zeug und ich habe zufällig ein bisschen Hanf gefunden und würde Ihnen das einfach hier lassen. Einfach, naja, für neue Begegnungen. Super, da kann ich mir endlich Socken machen. Vielen Dank. Ähm, ja... Okay, okay, alles klar, dann bis dann. Geil. Gerne. Schallschampanski mag ich jetzt schon. So. Sehr schön. Haben wir ein Erinnerungsfoto. Ich stelle mir vor, wie sie das Fotoalbum irgendwann im Lager mal durchblattet und dann so, weißt du noch? Als wir dich geredet haben. Komm, wir gucken uns die Fotos an. Oh, nicht schon wieder. Wer der schlimmste Fisch von allen ist? Der da. Der mich jetzt gerade anguckt. Das ist einer der nervigsten... Ohne Quatsch, das muss ich mir mal merken. Den vergesse ich immer. Das merke ich mir nur, wenn ich ihn wieder sehe. Einer der nervigsten Figuren in der gesamten Videospielwelt. Dieser Fisch. Wie der denn auch so... Mario, ich mag dich. So hinterher paddelt. Guckt euch das mal an. Okay, so ist er cool. Aber sobald man dicht kommt, schläft er. Und dann verfolgt er einen. Aber so richtig penetrant. Oh, und der guckt so richtig anstrengend. Okay, wenn er schläft, ist er ein bisschen niedlich. Vielleicht fand ich ihn damals als Kind auch schlimmer als er ist. Hm. Mich gerade ein bisschen zu doll aufgeregt. Mal gucken. Wir müssen ja noch das Rest nehmen. Ah ne, guck mal wieder da oben. Da ist Luigi, mein Freund, Luigi, Luigi. Luigi, Luigi, Luigi. Ich lieg auf den Popo, aber das ist nicht funky, das ist ein anderes. Ich lieg am Strand. Ist das nicht Mr. Wichtig? Das könnte Mr. Popo, äh Mr. Ich guck mal in die Pfanne. Das also Mr. Popo, danke. Wir haben mittlerweile auch ordentlich, äh, Rohöl. Achso, das muss erst raffiniert werden. Raffiniert? Ähm. Mal gelatscht, aber es passiert nichts. Doch, jetzt. Benutz mal die Klingel. Da ist eine Klingel. Wo ist da eine Klingel? Ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll. Und da weinen soll. Am besten beide. Jetzt ohne Quatsch. Verarscht du mich gerade? Oder habe ich irgendwas hier? Das Klopfen? Nein, unten an der Treppe. Hä? Wo? Klingel. Ich hab gesagt, nee. Ich lass mich nicht ausrauben. Oh. Feuer. Feuer. Eins. Nein! Oh, ich hätte das so safe geschafft. Ganz cool. Kann ich ja sogar anlassen. Oh, das ist natürlich peinlich, wenn es jetzt nicht klappt. Aber auch ein cooler Moment, wenn es klappt. Fuck. Oh, jetzt wurde ich hier im Stream exposed. Moment. Ja. Oh, scheiße. Nein, ich hab's nicht raus geschafft. Oh, ist das peinlich. Ist das peinlich. Ja, jetzt bin ich auch noch hier rübergefahren. Das war schlecht. Das war mega schlecht. Fuck, 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 fuck. Jetzt kann es richtig übel werden. Nein! Das genau davor hatte ich Angst. Genau davor hatte ich Angst. Nein! Und ihr holt mich auch noch. Zum Glück hat sie mich nicht getroffen. Wir trinken mal was. Direkt aus dem Kanister. Oder wir kippen den Kanister aus. Ich bin noch kreativer als praktisch vor Anlag. Das haben wir doch vorhin festgestellt. Nein! Ist ihr fucking ernst? Ich stell mich daneben und guck zu und die lassen das Gerüst los? Die rennt ja. Sie ist ja draußen warm. Haben sie nicht gerade gesagt, dann kommen sie einmal kurz mit? Zum Schalter. Von der anderen Seite. Ich weiß ja nicht, wo der Schalter ist. Ich bin ihnen einfach gefolgt. Oh nein! Das ist schon wieder so unangenehm. Ich bin leider. Mann! Ich hatte das... Und dann zu lang. Hört doch auf. Will doch eh keiner hören. Verändert. Ja, dann muss man ein bisschen Talent haben, um reinzukommen. Aber sie schaffen das. Und jetzt kommt der erste coole Abgang von Frederik, seitdem er auf der Insel ist. Macht's gut. Jetzt steh ich einfach hier. Was ist denn das für eine geile Truppe? Da ist Kaiju dabei. Der sieht auch noch aus wie Kaiju. Das ist ja der beste Raider aller Zeiten. Komm her und spiel mit mir. Ich schieß dich jetzt mal hier. Kaiju. Wenn der die Mütze nicht, das ist ja sowas von Kaiju. Wer steht denn da? Rico. Es regnet stark. Du musst endlich fertig werden mit deiner Arche. Und von jeder Art einen retten. Okay, ich beeil mich. Ich beeil mich. Komm. Überleben. Einfach abhauen. Nee. Ich mach die fertig. Jetzt behindern sie mich gegenseitig. Siehste? Oh. Alter. Hoffentlich damit nie. Oha. Oha. Wer bist denn du? Entschuldigung. Haha. Wer bist denn du? Ach, das ist gleichzeitig auch das Zielen. Ganz kurz. Habt ihr das gerade gesehen? Das war ein Double Headshot. Dann aber fangen wir direkt mit dem Headshot an, oder? Doppel Headshot? War das gerade mein Beginn ins Spiel? Ein Doppel Headshot? Ernsthaft? Okay Leute. Das was ich gerade gesehen habe, krasser wird es nicht mehr. Ihr könnt jetzt ausschalten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2020.